Das I. Königlich-Bayerisches Reservekorps der Bayerischen Armee wurde im Rahmen der Mobilmachung zu Beginn des Ersten Weltkrieges am 2. August 1914 aufgestellt. Gliederung Das Gor war zu Kriegsbeginn wie folgt gegliedert Erste Reserve Kompanie 1. Bayerisches Pionierbataillon Erste Reserve Kompanie 2. Bayerisches Pionierbataillon Geschichte Das Gor wurde im August 1914 aufgestellt und war fortwährend an der Westfront eingesetzt. Es lag zu Kriegsbeginn in Lothringen ab Oktober 1914 dauerhaft im Raum Arras im Abschnitt der 6. Armee. Ab August 1916 stand es im Verband der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht, im Februar 1918 wurde es der neu aufgestellten 17. Armee unterstellt. Erster Weltkrieg Am 10. August 1914 übernahm Karl Ritter von Fassbender die Führung des der 6. Armee unterstellten Korps im Raum Saargemünd. Flussaufwärts der Saar folgend erreichte das Gor bis zum 17. August Ruhlingen und ging in den Raum nördlich Lauterfingen vor, wo es Verbindung mit dem rechten Nachbarn, dem 21. Armeekorps herstellte. Am 20. August morgens trat das Gor im Rahmen der Schlacht in Lothringen mit der 1. Reservedivision aus dem Bereitstellungsraum westlich Mittersheim an, stieß ostwärts Lauterfingen vorbei und durchbrach die Linien des 16. Korps der französischen 2. Armee. Der Angriff der bayerischen 1. und 5. Reservedivision drang über Avricourt auf Blamont vor. Andere Teile des Gor wurden zur Wegnahme des Vormennenvilla angesetzt. Am linken Flügel begleitete das I. Bayerische Armeekorps unter General der Infanterie Oskar von Xylander. Dieses brach den Widerstand des französischen 8. Korps, eroberte Saarburg zurück und stieß auf Baccarat vor. Französische Gegenstöße stoppten die Bayern ab 26. August an der Linie Gerbefiller-Sepha-Villas-Bazin. Das Korps wurde infolge des Wettlaufs zum Meer in den Raum du I abtransportiert und drängte dort am 2. Oktober die französische 88. Territorialdivision aus der Stadt hinaus. Die 1. Reservedivision rückte über Coency und Eskerchen auf das höstliche Vorfeld von Arras vor, während gleichzeitig die französische 70. Reservedivision drohend in der Flanke des I. Reservekorps aufmarschierte. Das Korps entfaltete unverzüglich seine Kräfte, die eigene rechte Flanke vom 5. Reserve-Kavallerie-Regiment gedeckt, und erreichte kämpfend die Linie westlich der Orte Drockort-Boys-Bernard-Issel. Das Korps hatte Befehl, E. Kyrie und Rockling-Korps zu nehmen, die Stadt Arras sollte vorerst nur umschlossen werden. Am 5. Oktober erreichte die 5. Reservedivision Suche und Tillus. Truppen der 1. Reserve-Division standen dicht vor Blenggy. Danach kam das Korps durch Gegenangriffe des französischen 33. Korps nicht mehr über die Höhen von Vimy hinaus. Am 6. Oktober konnte aber die 9. Reserve-Infanterie-Brigade die Loreto-Höhe sichern und erstieg das Plateau von Ablein, St. Nazaire und Cairncy. Das Korps grubb sich an der erkämpften Linie ein und verbrachte den Winter im Stellungskrieg. Rechts lag das 14. Armeekorps, links das IV. Armeekorps. Am 17. Dezember 1914 wurden starke Angriffe des französischen 21. und 33. Korps gegen die Loreto-Höhe und Cairncy abgewiesen. Das schwer bedrängte Korps übergab den nördlichen Abschnitt zwischen Fermelles-Loretto-Souché an die 28. Die Vision unzog sich zwischen Cairncy-Lar, Tagete östlich-Eküri östlich-Rockling-Court, St. Laurent enger auf das nördliche Vorfeld von Arras zusammen. In der Loreto-Schlacht vom 9. Mai bis 23. Juli 1915 versuchte die französische 10. Armee erneut den Durchbruch zu erzwingen. Am 9. Mai wurde das Korps vom französischen 21. Armeekorps und dem 20. Armeekorps angegriffen. Die 5. Reserve-Division verteidigte dabei den Abschnitt zwischen Cairncy-Eküri. Die 10. französische Armee konnte dabei mit dem 21. Armeekorps unter Paul Maistre einen drei Kilometer tiefen Einbruch erzielen. Am 14. Mai 1915 ließ die Gefechtsintensität nach und die 5. Reserve-Division konnte aus der Front gelöst werden. In der Herbstschlacht bei La Bassé und Arras vom 23. September bis 13. Oktober 1915 wurde das Korps auch südlich der Skarpe angegriffen. Hierzu wurde ihm das 2. Königlich-Sächsische Jägerbataillon Nummer 13 sowie Teile des 9. Königlich-Sächsischen Infanterie-Regiments Nummer 133 unterstellt, welches am linken Flügel Verbindung zur 111. Division hielt. Im September 1915 konnten die Franzosen trotz äußerst massivem Artillerie-Einsatzes wieder keinen Durchbruch erzwingen. Die Bayern konnten den Ansturm wieder standhalten. In der Schlacht an der Somme war das Gor im Juli 1916 der 2. Armee zunächst als Reserve in den Raumkumpels zugeführt worden. Am 13. August 1916 löste es die schwer bedrängte Bayerische 8. Reserve-Division beiderseits Murepas ab. Tagelang im Gefecht hielt die 5. Reserve-Division die Ortschaft fest, die am 24. August endgültig in die Hände der Franzosen fiel. Allein die 5. Reserve-Division hatte dabei 4.500 Mann verloren und musste am 27. August aus der Front gezogen werden. Bis Anfang September 1916 verteidigte das Generalkommando die Stellungen beiderseits und Inseli gegen die Angriffe der Franzosen und wurde danach vom 18. Armee-Korps abgelöst. Während der Frühjahrsschlacht bei Aros 1917 stand das Gor wieder bei der 6. Armee am alten Kampfplatz an den Höhen von Wilmy, die aber wegen eines Einbruchs der Engländer bei der benachbarten 14. Infanterie-Division nicht mehr zu halten waren. Der kommandierende General von Fassbender entschloss sich daher, die Verteidigung etwa 5 Kilometer nach hinten zu verlegen, um die englische Artillerie zur Verlegung in einen neuen Stellungsraum zu zwingen. Am 13. April 1917 bezog das Gor die neue Stellung. Weitere Vorstöße der Engländer zwischen dem 23. und 28. April scheiterten. Das 3. Bayerische Armee-Korps unter General Hermann von Stein löste am 10. Mai das I-Reserve-Korps ab. Dabei gelang es, die mit hohem Aufwand vorgetragenen Angriffe englischer Truppen abzuweisen und durch die Rückeroberung des Dorfes Fressneu eine neue stabile Frontlinie herzustellen. Während der Frühjahrsoffensive 1918 stand das Gor im Verband der neu aufgestellten 17. Armee und trat am 28. März nördlich der Skape bei Gavrelle in Richtung auf Arons an. Der Mars-Angriff wurde der britischen Dritte Armee erwartet und traf auf wohl vorbereitete Stellungen. Er kam infolgedessen nicht voran. Das Gor musste die nächsten Monate wieder in Verteidigung übergehen. Nachdem die deutsche Front ab 8. August 1918 in der Schlacht östlich Amiens zusammengebrochen war, erweiterten die weiter nördlich stehenden Korps der britischen Dritte Armee am 26. August ihren Angriff auch südlich der Skape und erreichten im Abschnitt des Gor ein Einbruch auf 11 Kilometer Breite. Das Gor musste im September die lange umkämpften Stellungen östlich Arons endgültig aufgeben. Die britische Dritte Armee brach am 8. Oktober in der Schlacht bei Combra erneuerlich durch die Front der deutschen 17. Armee und befreite die Stadt. Folgenden Tag Nach dem Durchbruch des britischen Kavaleriekorps bei Lekato wurde General Otto von Pilo am 12. Oktober durch General Mudra ersetzt. Die britische Dritte Armee drängte die deutsche 17. Armee in der Schlacht an der Selle am 20. Oktober bis Solessenes Lekato zurück. Das I. Bayerische Reserve Korps rang am Ende des Krieges mit der 187. Division, der 208. Division und der 10. Ersatzdivision im Raum Valencien und führte bis 11. November 1918 Rückzugskämpfe auf die Antwerpenmaßstellung. Kommandierender General Kommandier на 2. Oktober ein